Schau, was ich jetzt gesehen habe. Eine Mädchen in einer Haule. Klar, sie ist protestant, glaube ich. Ah, es ist für die Aves. Die Vogel. Ich will, zu leben. Immer war, genau wie dieser Mensch, auch ein fühlendes Lebewesen. Mit einem wichtigen Unterschied. Der Käfig durfte sie nie verlassen. Stunden, Tage, Wochen. Eingesperrt und zum Tode verurteilt. Das Gesetz, bekannt als Tierschutzgesetz, versprach ihr Schutz vor menschlicher Gewalt. Doch was nutzen Gesetze, wenn Tiere wie Emma nur den Profit geben, als Maschinen herhalten und nicht mehr als Lebewesen wahrgenommen werden? Und vierte. Es ist an der Zeit, dass wir immer...